Marthas Vineyard ist eine idyllische Insel mit grausamen Verbrechen. Ich dachte, du wärst im Ruhestand. Er hat die Leiche gefunden. Dein Vater hat immer gesagt, du wärst der beste Detektiv in Mussen. Wir könnten wirklich deine Hilfe brauchen. So einem Angebot kann Jeff Jackson nicht widerstehen. Betrachten wir das mal aus der Perspektive des Diebes. Oh, gute Idee. Wir brauchen hier ein Team, das den Strand untersucht. Bleiben Sie still! Ihr habt nichts getan! Sind Sie fertig? Jeff Jackson, die neue Filmreihe. 19. und 26. November, 20.13 Uhr auf 13th Street. 05.10 Uhr auf 13.000 Uhr auf 15.000 Uhr Large personally. 1949 Uhr in derowaćbaren 5,000 Uhr diener Перet капi.